Ich fühle mich sehr gut. Es ist für mich eine Ehre, da dabei zu sein. Es war ein tolles Erlebnis für mich. Am Anfang so als riesen Challenge. Ich dachte so, wow, was schreibe ich jetzt da? Wie viel möchte ich preisgeben? Von mir auch befragt, von meinem Business. Was soll so das Verhältnis sein? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Es ist am Anfang wirklich eine Challenge und dann mit der Zeit möglich war, das macht Spass. Ich habe auch realisiert, wie viel ich schon gemacht habe, was ich alles erlebt habe im Leben. Es war eine schöne Reise, sag ich mal. Ich gebe denen auf jeden Fall mit auf den Weg, dass sie auf ihr Herz hören sollen und immer ihre Vision verfolgen. Das finde ich ganz wichtig. Und auch den Mut haben, etwas Neues auszuprobieren und ins Tun zu kommen. Und nicht warten, bis sich irgendwie im Aussen eine Gelegenheit ergibt. Gefallen hat mir die Möglichkeit, mit neun wundervollen Frauen und Unternehmerinnen in einem Buch unterwegs sein zu dürfen. Und der Verlag gibt uns auch die Möglichkeit, über ein Jahr lang zu begleiten, in Stichbarkeit zu kommen. Das ist ganz eine tolle Geschichte. Erfolg bedeutet für mich, wenn ich täglich wirklich den Job machen kann, der mir gefällt, der auch mein Herz berührt und der mich motiviert, täglich auch das Beste von mir zu geben. Und die Definition ist für mich eigentlich Erfolg ist, wenn ich weiss, was ich will. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.